So, Aufnahme habe ich gestartet. Schauen wir mal, wie es läuft. Ob mein Computer das dann packt, wenn ich hier den YouTube Uploader bescheißen will. Ja, wenn es jetzt schon nicht mehr rumruckelt und OBS sagt auch nicht rumruckelt. OBS sagt noch, okay. Ein paar ausgelassene Frames hatte ich, als ich gestartet habe gerade, aber ist es schon wieder runtergegangen. Mal gucken. Aber man weiß ja nicht, während ein Fight oder wenn doch viel los ist. Ich nehme es einfach mal auf und dann gucke ich mir die auf. Dann lade ich es mal hoch und dann schaue ich es mir mal an. Parockler sind ja dann zu entschuldigen, wenn dann die Qualität wirklich besser ist. Ach, oder was? Tatsache. Okay. Ja, dann zur Kapelle hoch anscheinend, hm? Ah, Kapelle. Hier ist Geld. Geld. Umfahnd, Dollars. Ja, zur Kapelle. Ziemlich weit, aber geht schon. Ich bin auch zu schlecht darüber gehen, oder? Nööö, alles gut. Aber wenn man hier beschossen wird, ne? Ja, und das ist relativ vom Arsch. Bei den... Obwohl, wenn man hier so ein bisschen wusch bleibt, naja. Na, ich gehe jetzt hier rüber. Also gestern, wo ich ja so weggelaufen bin, wo ich beschossen worden bin, also wenn es so zickzack läuft. Vor allem wenn ich so einen Schusswaffen habe. Wo man ein bisschen Glück hat. Ja, ich wollte gerade ein bisschen. Also ich krieg auch, wenn ich so lauf, so... ...würde ich trotzdem einen Headshot. Ja, ich hatte gestern einfach unbanntig viel Glück. Wenn die bei mir so laufen... ...krieg ich vielleicht mal einen Hitmark, wenn ich Glück habe. GamePro. Das ist kurios. Das ist so, naja. Aber ich will jetzt nicht gleich am Anfang rum stinkern und mich beschweren. Erst wenn es so weit ist. Erst wenn es so weit ist, genau. Erst so in Richtung Ende des Spiels. Wo ich einfach keinen Bock mehr habe. Ja. Sehr wenige Monster bis jetzt. Weil es sehr an Grenzen, ne? Müssen schon sehr weit laufen jetzt für den zweiten Hinweis, ne? Ja. Eben auch so. 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 nicht oder sogar dies ist ja noch auskommen ja ich traue den ganzen es kommt da und daraus ich bin es draußen ist es draußen und ich freue mich man muss schon sagen als letztes hat wurden schon sehr sehr viele spiele immer wieder verschoben was er teilweise eigentlich auch echt gut ist aber noch zu übrigens der hinweis egal was was von den beiden jetzt ist es beide scheiße diesen trennen mindungsfeuer im gebäude ja ich sehe es ja jetzt ist er draußen hinter der kiste ich weiß nicht ich glaube die falten gegen anderes team bei der dann schuss eingefallen ist da haben wir uns gesehen und dann gerade geräusche monst oder nicht ist so ein monster erst monsters aure ist auch der ok warum war ich weiß nicht wie ich schießen soll also wir stehen bleiben würde dann würde es auch probieren dann könnte man aber die bleiben stehen dabei da steht er steht er wirft was alter eine kugel ist ja ewig lang geflogen ich habe diese gefliegen sehen wenn man vielleicht ein bisschen näher ranpirschen soll ja gut jetzt wissen sie dass wir da sind aber die feiten dass die greifen gerade an da am balkon da bei den heuballen hallo danke für den follow nice danke ich habe es gerade ein bisschen korona ich habe nicht damit gerechnet unten geht hoch bilden wir animieren natürlich ist erst aufgestanden scheiße animiert links bei dem da oben der hat schon hit ich muss näher ran ist das ärgerlich also der hat erwartet die pissen egal nicht schlecht ja jetzt eben ist einfach da ab scheiße ich habe schon viel schaden bekommen gerade sogar mit was er getroffen hat ist das noch ein anderes team ich sehe ein und kommt noch mal kommen wir machen jawohl durch das holz alter ist noch rot der andere war hier auf dem dach der muss irgendwo hinten liegen liegt hier ich glaube denn mal ja gut dann hat er mich mit der wetterlie getroffen wo ist der andere wenn du da aufs dach gehst und wenn du runter gehst hieß das dann auf der anderen seite die woche von dem aber das punkt hoffentlich habe ich bin angefangen ja das lief gerade richtig gut oder ausgebrannt dann hat dann war das doch das angreifen ich habe auf auf die laterne geschossen habe ich den echtes verbrannt gut hat auch nur eine wette sowas gehabt aber du musst ja noch irgendwo eine leite legen schießen wir schnell oder geschossen macht schon macht schon wenig schaden ist draußen ja ich bin draußen das ist ein hammer ich überlege ob ich mit dem hammer arbeitet also wenn ich auch irgendeinen nahkampf macht schon mehr der mitstand am ende der geschichte komm her ist es noch weiß ist ja doch nicht hier unten ist auch das geld er wusste auch hier ist eine treppe runter und da voll nice ehrlich weil die erste runde ist wie so gut läuft wie gestern ja es ist ja ein bisschen schon vielleicht ein gutes zeichen und die erste relativ noch mal dass hier eine axt gewesen wir haben gar keinen ausgang und sind in der ecke also die könnten wenn jemand zu uns kommt entweder zur kapelle wieder runde latschen also wenn ich jetzt in der situation mehr dass die beiden verbannt werden und ich halt einfach irgendein anders team dann würde ich zu uns hochlaufen zu scupper lake weil wir leichter zum halten sind weil die anderen könnten nach rechts nach links und nach oben rennen ich war gerade so überrascht wie gut es gerade bei mir lief ich gebe den headshot mit der conversion dann bin ich hinter dem zaun kann durch so einen schlitz von dem zaun gucken und sehen die ganze zeit hinten her laufen und durch den schlitz habe ich dann gesehen und habe gleich nochmal gekillt mit der conversion war geil du machst den anderen das waren noch geiler nur zwei treffer mit der windfühle ich bin ganz überrascht ja vielleicht war das der der vielleicht schon mal verreckt ist was man setzt mich wirklich stark gewunderten den ich gekillt habe mit dem headshot den habe ich dann noch mal gekillt weil das wäre merkwürdig mit der conversion auf dem oberkörper durch solz er muss ich will ja nicht so nacken aber ich glaube die anderen kommen auch oben die mit der bounty dann würde ich aber sagen hier sind wir im vorteil dass wir nicht glaube ich herinnen bleiben ja weil wenn wir jetzt versuchen wegzulaufen die uns hinterher schießen da kannst du nicht so viel machen nee das stimmt ja ich habe ein bisschen hoffen dass sie gerade nur über ls form runter zu dem rechten ausgang rein wollen ja aber da wären sie glaube ich schon über diese brücke da hinten die laufen jetzt wahrscheinlich am wasser entlang zu uns hoch her mal gucken nur der eine geht mehr eines über das wasser gelaufen ja noch unentschlossen also ich bräuchte jetzt rett kein fight mehr als ich bin zufrieden mit dem fall also ich habe das gefühl dass sie erst so zur kapelle laufen wenn dann so wie die kraft laufen ja das kann schon sein ich glaube die rennung zum ausgang ja sieht er doch noch aus außer wir entscheiden sich dann doch noch um kann sein dass sie kurz gesagt haben hey soll man angreifen und dann ach okay die sind schon bei 90 prozent ja kommen lassen das bleibt ja ich schaue da ist gut aus alles frei der hatte lauf nach raus dann lass uns das selke müde laufen ja würde ich auch sagen was soll ich nicht dass sie dann eigentlich warten oder auf das aber lustig dass wir es eigentlich mit so richtig schlechten offen eigentlich den fight gewonnen haben ich bin geflogen wort hast du einen meter über dir ich weiß gerade nicht wie ich das geschafft habe ich vorhin auch ich glaube hier den weg jetzt aber das macht die anderen jetzt laufen sie wieder runter ich wollte es ein bisschen farmen ich weiß es nicht ist ein gegner und dem vertreten kein bock und laufen jetzt zum anderen ausgang zum das kann sein dass sie gejagt werden das kann natürlich ich zeit ich schaue noch mal wegen porto rica sieht gut aus ich finde es aber echt dass sie wenn du immer mega gut ausgestattet ist mit einem libellen mit einem musik mit irgendwelchen guten waffen ja da läuft dann die sterben die nicht und jetzt sind so eine tricks conversion headshot es ist schon merkwürdig ja darum läuft es irgendwie mit diesem glück sagt stufe 1 sägern irgendwie immer so gut irgendwie also ich weiß nicht ja gut ich habe jetzt schon ein klick in der in aber mindern standard ausrüstung aber nur weiß ich keine keine ja aber was ich halt meistens die kostenlosen haben und dann diese bimbo ausrüstung eigentlich mit denen läuft es irgendwie komisch und dann habe ich eine gute waffe aufgesammelt wenn man dann den feinern und beim nächsten hast du mal ja nichts was machen die anderen ja die sind beim schlachter die laufen es um geworfen dagegen war man vielleicht echt ich brauche noch 20 wasser teufel ich habe angekündigt es bräuchte ich wasser teufel und müssen wir keine wasser ja die ist definitiv anders weil ich gerade voll daneben geschossen hat werden das aber gezählt hat ich schaue noch mal die gut aus da ist doch ein wasser teufel liegen sind zwei sogar ich mache noch einen anderen ich treffe dich nicht diese blöden wasser teufel ich bin zufrieden oder drei wasser teufel gekillt habe irgendwie kriegt das als keine gut schuft ich will auch erschießen drei wasser teufel habe ich auch ich habe auch 0 ich habe ja noch die wöchentliche mit den 20 jetzt noch warum rastet der ich sehe nichts ich auch nicht ein bisschen kurios weil der war schon sehr weit weg also wenn er wegen uns ausgerastet wegen den schüssen außerdem kugel ist aus was er irgendwie in seine richtung eingeschlagen aber noch nicht war an und für sich eine nice runde wenn die zweite auch so wird wenn ich sehr zufrieden da wäre ich sehr sehr zufrieden also die zweite runde dieses entscheidend dann nehme ich jetzt mal den gleichen jäger mit mit der gleichen waffe und dann schauen wir mal 20 punkte kriege ich denn doktor notarzt nehme ich jetzt aushebeln oder fächern warten ich habe jetzt eine relativ schnell feuernden revolver ich glaube da kann ich eben nicht ich werde ich werde jetzt aber die aufnahme jetzt schon beenden weil schon 20 minuten sind ich glaube für eine folge ist das okay für so eine probeaufnahme lasse ich dabei habe ich voll in die kamera geguckt obwohl ich die gar nicht an lol ja danke fürs zuschauen auf youtube natürlich auf twitch könnt ihr schön da bleiben und ja tschüssi perdaget Vielen Dank.